Für Fortbyte 69 müsst ihr natürlich zum Steinschwein und das befindet sich bei Lucky Landing und zwar hier. Ihr seht es da schon. Das ist das Steinschweinchen. Wenn ihr euch jetzt hier so vor dem Schweinchen befindet, müsst ihr euch oben einfach nur reinbauen. Und hier vorne wird dann der Byte erscheinen. Das war es mit dem Video, das war alles. Ich zeige es nochmal genau markiert auf der Karte. Und wir sehen uns dann morgen, denke ich mal. Haut rein. Tschüss.